Hi! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ich hatte mein Mikrofon gemutet. Ja, hat gut funktioniert von meiner Anmoderation. Ja, wir stehen hier unten. Ich habe gerade schön philosophiert, welche Probleme wir hatten, auf was wir gestoßen sind, was mir dann eingeförren ist. Oh wait, du hast vorhin gerade ein Video bearbeitet. Du hast dein Mikrofon stumm gestellt. Okay, egal. Wir brauchen nämlich nur... Ich habe darüber gesprochen, wie wir die Klotsches belegen. Wir werden sechs davon voll machen mit... Potatoes, mit Kartoffeln. Und wie viele haben wir da? Drei. Wir hatten drei Kartoffeln. Krass, oder? Ähm, werden wir voll machen mit Kartoffeln und den verbleibenden einen mit Industrial Hemp Fiber, weil die produzieren so schnell und so viel, dass wir da nicht mehr viel brauchen. Äh, genau. Dabei brauchen wir jetzt aber erstmal Industrial Hemp Fiber. Was ist das? Die sind da hinten. Wenn ich mich mal wieder voll gefressen habe. So. Die kennt man ja nicht auch mal wieder. Wobei wir aktuell brauchen wir keine... Keine Enderperlen. Aktuell, ne? Darum ist es immer so schön gesagt. Nur weil wir sie aktuell nicht brauchen, heißt das nicht, dass wir sie irgendwann... Nicht brauchen. So. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir irgendwann, äh... Die Häuser mal fertig bauen müssten, damit die so ein... Weiß nicht, ein Dach haben. Ich glaube, Dächer werden übergewertet. So, wir schmeißen das mal da rein. Dafür brauchen wir einen, wir brauchen Dirt, damit wir den da reinschmeißen können. Und dann brauchen wir, äh... Wir brauchen Energy Conduit noch. Vier. Wir haben nur noch vier. Vier ist eine sehr kleine Zahl. Energy Conduit. Wo haben wir sie denn? Nein! Und... Kacke. Das ist nicht so gut jetzt. Wie macht man das nochmal? Habe ich so... Nein, ich hab's so ein nicht. Scheiße. Ähm... Wie macht man das denn nochmal? Eisen und Redstone. Ich hab kein Eisen. Nur noch 20. Na, dann gib mir auch 20 Redstone. Äh... Einmal 20. Ich muss es ja nicht mal... Ssssssss... Ssssss... Nicht mal smelten. Ah, ich bin Chi. Ich bin ein Slytherin, deswegen geh ich an Schlange. Oh. Okay. Dankeschön, Vergangenheits-Gi. Was ist das von dir? Habe ich nicht mit gerechnet. Okay. Packen wir wieder rein. Mal was denn da. 52. Sehr gut. Ähm... Die reichen hoffentlich, um die dahinter zu legen. Ich brauche noch Potatoes. Ja, ich brauche noch Wasser. Ups. Ähm... Für Wasser brauche ich den Aquaeus-Akkumulator. Aquaeus... ...Akkumulator. Da. Okay, was da voll ha... Oh, ich hab ja... Ich muss gählen. Entschuldigung. Oh, nee. Theoretisch brauche ich aber zwei davon, ne? Weil die fressen echt viel Wasser. Da. Oh, nee. Eins, zwei. Kriege ich das hin? Nee. Fehlt in der Mitte was? Was fehlt da in der Mitte? Ach, mein Koppagier. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Dann gehen wir jetzt aber erstmal rüber und schlafen kurz. Bevor es wieder anfängt zu regnen. Ach stimmt, ich hab da ja auch welche. Hab ich eventuell vergessen. Stimmt. Sie stehen da schon seit Ewigkeiten. Ich hab sie grad vergessen. Wir machen auch schön mit den Änder-Lilis-Samen. Plus, das ist gut. Okay, ab nach oben. Ich hab Halsweh. Warum hab ich denn jetzt Halsweh? Ich spreche literally seit sieben Minuten. Ich hab heute noch nicht mehr gesprochen. Okay, doch. Ich war in einem Meeting. Aber da hab ich nicht viel gesagt. Ich hab vielleicht den ganzen Tag heute 20 Minuten gesprochen. Warum hab ich Halsweh? Das gibt keinen Sinn. Ich bin grad völlig falsch abgewogen. Aber jetzt hab ich angefangen. Jetzt zieh ich's durch. So. Gehen wir mal nach da hinten. Okay. Wir gehen mit der Energie hier hoch. Darüber. Geht wahrscheinlich gleich meine Spitzhacke kaputt. Die braucht unbedingt Redstone, ey. So. Dann schließen wir das mal an. Lass mich da mal hoch. Ach so. Moment. Bist du... Bist du mich hier hoch? Du lässt mich hier nicht hoch. Wo? Oh, nee. So. Theoretisch müssten die Energie kriegen. Pack da mal einen rein. Und hier auch. Und... Ach doch. Ja, da. Kriegen Energie. Ich bin nur doof. Da hinten kommen die Industrial Hemfibers rein. Da kommt eine Potato rein. Ach, stimmt. Die haben ja auch noch kein Wasser. Ich dachte, warum passiert denn hier nichts? Weil die haben ja kein Wasser. Ich glaube, ich werde da hinten einen Raum anbauen müssen für das Wasser. Aber ich komme da hinten, glaube ich, dann bald raus, ne? Da ist mein Weg. da oben. Habe ich recht? Da noch nicht. Oh, sehr gut. Sehr gut. Aber hier bin ich jetzt dann draußen. Genau, das da ist mein Weg. Ah, ist nicht schlimm. Weil... Das weiß ich noch nicht. Warum noch nicht. Weil ich würde es gern auskleiden. Dann kommt hier halt ein gerades Ding hier. Jetzt auch wurscht. so blöd, weil wir alles so nah unter der Erde, also unter der Oberfläche gemacht haben. An der Oberfläche, nicht unter der Oberfläche. So. Dann hier einmal. Dann hier einmal. Okay. Die kommen alle weg. Eventuell müssen wir die dann kurz brennen und neue machen. Oh, scheiße. Das kriege ich noch ausgekleidet, aber das nicht mehr. Das war jetzt nicht so smart, ne? Na ja. So. Genau, und dafür brauche ich jetzt die... Äh... Wie heißt da? Quartils Bricks. Da habe ich, glaube ich, sogar noch welche... Äh... Brick. Blau. Habe ich nicht mehr. Warte. Ich habe auch hier nochmal drei... Nur noch drei. Scheiße. Muss ich... Muss ich doch... Brennen. Hey. Aber ich brauche auch einmal Wasser. Wenn ich das voll machen kann... Oh. Muss doch nicht. Lol. Sehr gut. Äh... Ich brauche einmal Wasser. Wo haben wir denn einmal Wasser? Water? Ich habe einen Water Bucket. Das ist nicht so viel. Wir rennen da jetzt ewig hin und her. Nee, Quatsch tun wir nicht. Wenn ich den einen habe, kann ich ja den einen mit dem anderen füllen. Logisch. So. Genau. Und dann kommt der hier hin. Hier einmal Wasser. Und da gehen wir jetzt kurz hier raus. Kann ich auch gleich gucken, wie das aussieht. Ist eigentlich nicht schlimm, ne? Ist da halt ein bisschen mehr. So. Ab nach oben. Ab nach unten. Und warum funktioniert der nicht? Ich bin gerade... Water from its surrounding place in a pool of water to speed this up. Don't drown. Aber er hat doch jetzt Wasser. Oder ist das noch zu wenig? Das ist immer schön, wenn Sachen in einem Moment noch funktionieren und im anderen nicht. Keine Ahnung, warum ich da springe. Ich mach's ja nicht anders als sonst. Glaube ich. Ich hab's aber noch falsch platziert. Ich doch. Ah, der produziert jetzt auch was. Das ist sehr gut. Das heißt, ich brauch noch kurz... Äh... Äh... Was brauch ich noch kurz? Wie heißen die Dinger? Na? Fluid! Konduits! Fluid! Die werden nicht reichen. Scheiße. Äh... Fluid! Ich hab keine Konduit-Beinder mehr, ne? Natürlich hab ich da keine mehr. Dann hab ich nochmal 64. Ich hab da drüben keine Kohle mehr. Gehen wir mal kurz Coal. Ich hab gar nicht mehr so viel Kohle. Scheiße. Alter, was ist denn los? Ich hab kein Eisen mehr, keine Kohle mehr. Wir müssen irgendwann mal wieder auf Rohstoff-Suche gehen. Das gibt's ja nicht. So, damit das mal weiter brennt. Äh, da ist doch noch Kohle drin. Aber ich pack jetzt da. Oh. Da mal kurz. Moment. So. Wir warten mal nochmal so zwei ab. Wobei, die bringen wir uns nicht. Wir müssen ein paar mehr abwarten, ne? Wir brauchen ja sechs pro Ding. Ich brauch acht. Auf acht müssen wir jetzt abwarten. Und ich hab eventuell ein bisschen hungrig. Ich bin... Oh Gott. Ich hab eventuell ein bisschen hungrig. Mhm. Ich hab eventuell ein bisschen Hunger. Und acht Stück. Sehr gut. Gehen wir jetzt nochmal rüber und machen die. Jo. Dann, wo haben wir sie? Da haben wir sie. 21 Stück. Perfekt. Dann schließen wir die an. Damit ich schon mal produzieren. Nee, nee, nee. Quatsch. Ich muss das ja von hinten anfangen. Scheiße. Jetzt geht's natürlich nicht mehr, ne? Was ist das mal? Kein bisschen... Da. Jetzt geht das nicht mehr. Das ist so zum Kotzen. Warte mal. Wir machen das andersrum. Achso. Wir warten, bis das Wasser da raus ist. Okay, also die sind echt scheiße. Ich muss die nochmal komplett abbauen. Jetzt hab ich so dick. Ach nee, die sind jetzt leer. Okay. Hier und dann hier. So, jetzt kann ich nämlich den blöden Akkumulator hier hinsetzen und den da hinsetzen. Haben wir sie jetzt? Ja. Meine Güte. Okay. Okay. Wir haben jetzt schön Wasser. Warte, da sind doch auch schon... Ja, gucken wir mal. Da sind doch schon 16 Kutufeln drin. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Oh, hoppala. So. Die kriegen jetzt auch langsam Wasser. Die wachsen hier irgendwie schneller als bei dem anderen. Dann kommt natürlich die Industrial-Hem-Fiber raus. Die wird irgendwie wieder in den, in die Ding gespeist. Ins ME-System. Item-Konto jetzt hab ich gerade nicht dabei, ne? Aber das macht ja gar nichts. Weil die Folge ist ja schon wieder vorbei. Ähm. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns übermorgen zur nächsten Folge wieder, wo wir hier weitermachen. Jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.